Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von der Jurassic World Evolution 2 Malta-Kampagne. Und wir waren ja beim letzten Mal hier in Frankreich ist das, da wo die offene Lagune ist. Und wir sollen jetzt wieder zurück auf die Insel, wo wir angefangen hatten in der ersten Folge, nach San Albertus, das war ja die Malta-Karte. Dort soll ein, also hier sollen wir wieder hin, dort soll ein Dinosaurier-Frei herumlaufen auf dem Land. Also ich bin super gespannt, wir gehen jetzt einfach mal direkt hin, würde ich sagen. Qualität. Diese Leute stehen für die andere Seite der Börse. Eine andere als die, die sie kennen. Die Auswahl und Gelegenheit zu erkennen allerdings, darauf kommt es an. Sieht aus, als hätten sie schon ordentlich zu tun. Ich melde mich wieder, sofern sie ihre Prüfung überleben. Gott, diese Wege. Ist ja schrecklich, ich hab die gar nicht gesehen beim Bauen. Wir müssen diesen Saurier sofort einfangen. Stellen Sie sich vor, was er mit den Leuten in der Anlage macht, die er verfolgt. Lieber nicht. Kümmern Sie sich nicht darum, Clement? Dafür sind Sie doch hier. Nicht wegen meiner strahlenden Persönlichkeit? Doch, auch. Aber wer immer das Vieh unter Kontrolle bringt, strahlt am hellsten. Ich bin erstmal gespannt, was das für ein Saurier ist. Lesen Sie sich das neue Ziel durch und sagen Sie mir dann, dass Sie es angehen. Ich will jetzt erstmal wissen, wo der Saurier ist. Da. Das ist ein Kano Taurus. Oh, das ist der neue Kano, der Demon Kano. Den liebe ich ja, den Skin, ne? Oh nein, der ist völlig außer Rand und Band. Ich würde sagen, wir schnappen uns direkt einen Helikopter. Kein Bock, dass der meine Leute hier tötet. Ist ja nicht so cool. Können wir nur treffen. Ich bin halt schnell unterwegs, das wird schwierig. Boah, direkt. Aber wir haben es geschafft. Sollte reichen. Ja. Schade, ich hätte ihn gerne im Park gehabt, muss ich sagen. Aber der Skin ist echt cool. Wie machen wir das denn mit der Anziehungskraft gleich? Also eigentlich ist es doch der einfachste Weg, so eine Dings zu machen, oder? Warte, wo ist die denn hier, oder? Hier, so eine Gästeattraktion. Müsste eigentlich instant unsere Anziehungskraft erhöhen. Man könnte es auch mit Dinosauriern machen, aber wir wollen ja schnell die Mission schaffen, damit wir halt das Geld kriegen. Und wir kriegen auch einen Bonus, wenn wir es innerhalb von 10 Minuten schaffen. Wir haben nur 2 Millionen, also wir müssen alles an Geld mitnehmen, was wir kriegen können. Ich kann eigentlich schon mal hier das nächste Gehege bauen. Ist sogar ein größeres Gehege, was hier geplant ist. Dann haben wir da schon mal ein schönes Gehege fertig. Hier war ja auch was drin. Hier waren die Stiegis drin, ne? Ja, Stiegimorlochs hatten wir. Oder hatten wir die Oviraptoren. Die sind ja auch so cool. Die laufen jetzt übrigens nicht mehr durch das tiefe Wasser, nur noch so am Rand entlang. Das haben die halt auch gefixt bei kleineren Dinosauriern. Damit die da halt nicht so untergehen. Ist halt echt nicht schön an dieser Stelle, aber weiß nicht, wo sonst hin. Willst halt auch nicht zu fernab am Rand des Parks machen. Dann gehen die Gäste da auch nicht hin, dann bringt das nichts. Park wird eh nicht schön. Schön bauen machen wir dann im Sandkasten-Modus. Die ist auch alles kommen und schief schon. Guck dir das mal an, die Zäune. Aber das war ja so von der Mission her. Keine Ahnung. Naja, ist wie es ist. Wir gehen mal kurz an die Börse, während das baut. Und dann machen wir das. Da, ein Kanotaurus. Ich bin ein privater Sammler von Prestige prächtigen Sauriern. Bitte bei interessanten Angeboten um Zuschrift. Okay. 850.000 kriegen wir dafür. Nicht schlecht. Wem die drei da auch noch drin sind, darf man nicht vergessen. Weil die haben wir zwar von der anderen Insel gemacht, aber das Frachtschiff, das wandert ja immer mit. Das heißt, egal von welcher Insel will da was reinpacken, die werden immer vorhanden sein. Oh, die neuen Dimorphodons kommen jetzt. Cool. Ich weiß nicht warum, aber diese Flugsaurier machen mich nervös. Denen gehörte der Himmel lange vor ihnen, Kayla. Ich dachte, Konkurrenz könnten sie mögen. Oh nein. Die bleiben in ihrem Stück Himmel. Ich in meinem. Es sei denn, sie möchten mitkommen. Wollen sie mein Co-Pilot sein, Finch? Oh nein, 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 nein. Meine Füße bleiben auf festem Boden. Auf meinem Schreibtisch. Okay, dann erforschen wir schon mal die Aviariumskuppel. Und dann können wir mal kurz in den Schwarzmarkt gehen und die erwerben schon mal. Weil die müssen wir gleich 100 pro im Park unterbringen. Deswegen habe ich direkt das erforscht. Oh, 32% Verkäufebewertung. Will mir jemand einige Dimorphodon abnehmen? Zum Schleuderpreis erhält dich. Ja, tolle Anzeige. Aus China. Hm. Ja, die werden wahrscheinlich wieder Krankheiten haben, aber ich habe ja keine andere Wahl. Deswegen, let's go. Oh, ich habe sie jetzt schon. Ah, okay. Wenn ich dann rechte Maustaste drücke, dann kann ich das Angebot sogar wieder ablehnen. Interessant. Das heißt, wir müssen wirklich erst das Aviarium fertig machen, sonst können wir die gar nicht platzieren. Dann habe ich ja alles richtig gemacht mit der Erforschung. Gesamtanziehungskraft erhöhen. Das ist ja eher runtergegangen. Warum? Sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Viewing-Galleries machen? Aber eigentlich sieht man die Dinosaurier doch gut. Vielleicht muss ich noch was anderes erwerben. Sollen wir hier einfach nochmal schnell was reinmachen? Irgendwas anderes von der Börse. Vielleicht haben wir da ein gutes Angebot. Oh, hier Gigant Spino. Ich hätte gern Fleischfresser, aber hier sind gerade keine guten. Ich glaube, ich nehme die sechs Gigant Spinosaurus. Jetzt kaufen. Mögliche Patenschaft, eine Organisation, bla 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 bla. Okay. Verpflichte dich, den Sauriern ein gutes Leben zu ermöglichen. Sechs Mal Gigant Spinosaurus. Ja. Habe ich sowieso vor, also. Warum sollte ich die Mission nicht machen? Was geht's? Machen wir da schon mal so ein Ding noch rein? Dass wir das überwachen können. Und dann müssen wir nochmal gucken. Das Tor ist halt hier. Das machen wir hier vorne auch nochmal rein. Weil sonst ist immer der Weg so weit, dass die Ranger-Teams da halt rein können. Oh, die haben auch einen Hayden? Ach nee, ein anderer Saurier. Der hat eine Krankheit. Ah, der hat ja schon wieder das Infiziertes gegessen. Ja. Warte mal kurz. Du bist hier perfekt. Wahrscheinlich müssen wir das fotografieren, oder? Okay, nee. Das hat gar nichts gebracht. Aber es gibt auch irgendeine Krankheit, wo man die Futterquelle fotografieren muss. Die Infizierte. Aber das scheint dann nicht die zu sein. Ich hoffe, die MBU kommt jetzt. Ja. Okay, alles super. Ein Prozent fehlt hier noch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich hoffe, das hilft jetzt mit den neuen Sauriern. Gut erschaffen. Innerhalb der vier Minuten. Gucken wir mal hier zwei Wasserquellen hin. Ansonsten müssen wir gleich mal checken, was die brauchen. Das Gehege ist halt riesig, ne? Also da können wir auf jeden Fall noch was dazu packen später. Oder die halt umsiedeln oder so. Könnte ich mir auch vorstellen. Salmonellen. Da hatten wir doch schon das Gegenmittel. Oder bin ich doof? Hatten wir das nicht schon erforscht? Ich meine schon. Medizin verfügbar. Okay. Ja, ich denke mal, dann haben wir es. Dann sollte die Krankheit eigentlich gleich behoben sein. Ohne Probleme. Oh, hier fehlt Strom. Okay, dann bringt das ja gar nicht. Da kann ich ja lange warten. Machen wir das mal schnell. Ah, die Mission habe ich schon. Okay, easy. Egal. Mehr Dinosaurier haben es immer gut. Mehr Dinosaurier gleich mehr Geld. Wir haben jetzt auch 500.000 bekommen. Das heißt, die Giganspinos haben wir quasi schon wieder drin. Blätterboden brauchen die nur. Übrigens ganz praktisch. Man sieht jetzt genau in diesem blauen Zeichen durch das neue Update, was man da machen kann, um die glücklich zu machen. Das geht auch weg, das Zeichen. Gleich, wenn das im guten Bereich ist. Werdet ihr gleich sehen. Jetzt ist halt der Wald gekommen, weil ich vorhin Wald entfernt habe, aber den mache ich jetzt auch wieder hin. Und zack, sind sie glücklich. Aber krass, wie viel Platz die brauchen. Also wie viel die von diesem Untergrund brauchen. Das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt können wir, glaube ich, schon die Kuppel bauen. Ja. Das geht hier echt Schlag auf Schlag. Mache ich mal hier an den Rand. Ich glaube, ich mache das mal so. Das ist jetzt nicht ganz ideal von der Platzierung. Gebe ich jetzt Platz verschenkt am Ende, aber das ist egal. So, Verzögerung. 1,5 mal verbleibende Aufstieg. Aufgabendauer. Aber es kostet mich auch Geld. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier rauf. Ja, warum nicht? So ein bisschen was von dem Roten hätte ich gerne, weil ich würde gerne mit dem Schwarzmarkt ein bisschen zusammen handeln. Oder zusammen arbeiten, nicht handeln. Oder mit dem Schwarzmarkt handeln und zusammen arbeiten. So, das wollte ich sagen. Habe ich denn jetzt auch schon die Aviariumsbeobachtungsgalerien? Die habe ich auch nicht. Die muss ich auch noch erforschen. Ah, kann ich noch gar nicht. Okay. Das heißt, ich muss erst die Brutstätte machen und dann können wir das auch erforschen. Das ist gut. Ich mache mal die Brutstätte dann einfach auf die Seite hier hinten, dass wir den Platz ein bisschen zumindest nutzen. Und dann können wir da auch schon mal das Wegenetz soweit machen. Also ich kann bis jetzt schon mal sagen, dass mir die Missionen richtig gut gefallen. Macht echt Spaß mit diesen Wechseln zwischen den Inseln. Und dieses neue System mit dem Schwarzmarkt finde ich auch super spannend und interessant. Aber es ist halt schon cool, da ab und zu mal reinzugucken und zu schauen, was die so im Angebot haben. So, jetzt können wir das Ding erforschen. Dann sind wir auch auf. Okay, uns fehlt das Zahnrad auf jeden Fall. Ich sollte vielleicht bald mal auf die verbesserten Mitarbeiter gehen. Wir werden halt irgendwann das Genick brechen. Und ein Personalzentrum sollten wir auch entwickeln. Oh, die müssen sich ja auch ausruhen. Gut. Wir müssen präventiv handeln, nicht reaktiv. Wir dürfen diese Ziele nicht aus den Augen verlieren. Ich habe dir die Infos geschickt. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nachdenken, was wir als erstes machen. Personalzentrum wäre super, weil irgendwann müssen sich die Mitarbeiter ausruhen. Und ohne Personalzentrum geht das nicht. Außerdem kann ich da mehr Mitarbeiter einstellen. Und wir können dann auch danach noch die Personalverbesserung leeren. Das hätte ich jetzt gesagt, weil dann haben wir wenigstens irgendwann auch bessere Mitarbeiter. Und wir nehmen das ja auch alles mit auf die anderen Inseln, was echt praktisch ist. Oh. Warum? Sponsor-Tasaurier. Warum prügeln die sich? Aber das ist nur ein Machtkampf. Autsch. Sieht irgendwie nicht aus nach einem Machtkampf in den Alpha-Status. Na doch, der ist aber Alpha. Könnte doch sein. Jetzt hat aber der verloren. Eigentlich müsste jetzt hier die Krone weggehen, weil der rennt weg. Bin ich mal gespannt. Ja. Krone ist weg. Ja, und der hat die. Okay, das war wirklich ein Machtkampf. Nehmen wir den mal King. Weil er vor unseren Augen den Alpha-Status gewonnen hat. Dann bauen wir mal schnell das Personalzentrum. Das würde ich gerne hier noch unterbringen, aber irgendwie ist der Platz hier mir zu schade, weil das so groß ist. Vielleicht hier am Rand noch. Ich habe eigentlich genug Platz im Park. Ich weiß gar nicht, warum ich mir alles so hinquetsche so an alle Stellen. Macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Ich habe da hinten noch einen riesen Bereich. Das ist, glaube ich, die größte Karte von dem neuen DLC. Guck mal, was ich hier hinten noch habe. Hier ist noch ein riesen Bereich, hier ist noch ein riesen Bereich und da unten auch. Ich sollte halt einfach ein bisschen weiter bauen und nicht alles so quetschen. Dann haben wir das Personalzentrum. Wenn das gleich fertig ist, können wir nämlich auch die Personalverbesserung machen. Geht vorher, glaube ich, nicht. So, jetzt gucken wir mal in die Forschung. Das haben wir hier, glaube ich. Genau. Und dann machen wir das. Und danach können wir dann die Beobachtungsgalerie machen. Aber wir können jetzt schon mal die Dimorph unter uns holen. Das gibt ja echt viel zu tun. Bin mal gespannt, was für ein Leiden die haben werden. Oder mit was wir da betrogen werden von dem schlechten Verkäufer. Auf jeden Fall die Neuen. Die sind mega winzig. Und halt viel, viel kleiner als die Standard-Demorphos-Jones aus dem Spiel. Ja, das war halt klar, ne? Dann müssen wir mal kurz überlegen, wie wir das machen. Ich würde jetzt sagen, wir weisen auf jeden Fall die MWU hier mal zu. Und das Ranger-Team. Wir checken das dann gleich. Wert sein. Die Tiere müssen ihre Flügel ausbreiten können. In einer sicheren, kontrollierten Umgebung. Ich hätte nichts anderes erwartet. Okay, wir müssen noch voll viel erforschen. Also wir können gerade gar nicht arbeiten. Das heißt, wir müssen noch mal in Gehege reingehen. Und dann das Ding hier auf jeden Fall erforschen. Aber wir haben gerade nicht genug Wissenschaftler, was das Kreuz angeht. Das heißt, wir können jetzt neue einstellen durch das Personalzentrum. Und wir können die gerade auch verbessern. Habt ihr das gesehen? Ah, es ist alles so gut. Ja, wir nehmen den mal auf jeden Fall. Der ist so Durchschnitt. Und dann verbessern wir auf jeden Fall hier mal rein. Machen wir da mal so einen Spezialisten auf Wohlbefinden. Ja, hier können wir auch trainieren. Aber die ist allgemein nicht so gut von den Werten, muss man sagen. Die anderen beiden lasse ich mal noch offen. Dann können wir noch reagieren, wenn irgendwie was ist. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier rein. Machen als nächstes den Fieder. Und dann machen wir wirklich die Beobachtungsgalerie, die ich schon die ganze Zeit machen will. Was haben die denn jetzt für ein Leiden eigentlich? ist immer noch nicht diagnostiziert. Die sind auch einsam. Aber das sollte eigentlich gleich nicht mehr der Fall sein. Schütze ich mal. Machen wir mal ein paar Felsen rein, da können die dann auch drauf landen. Das mögen die auch ganz gerne. Bisschen Höhenunterschiede hätte ich da auch noch drin. Minimal macht schon viel aus, immer. Wir müssen da gleich auch noch die Tour durchführen. vielleicht sollte ich das jetzt noch nicht zu krass gestalten. Gebrochene Klaue hat der. Wille den Dinosaurier aus, um herauszufinden. Der hat aber auch was hier. Okay. Kleine Verletzung, das können wir so behandeln. Sollte eigentlich die MWU schon automatisch machen, weil ich das zugewiesen habe. Ja. Die ist schon dabei. Guck mal, hier fliegt die Drohne. Ah, der wurde noch gar nicht gescannt. Oha. Ich hoffe, der hat auch irgendwas Chilliges, so eine Klaue oder so. Das wäre ganz gut. Wenn die ja hier beginnen. Hier so. Ein guter Spot. Dann. Gehen wir einfach hier, wenn das geht, rüber. Da müssen wir, glaube ich, umbauen einfach. Machen wir das mal so. Ich denke mal, das wird schon reichen, dass wir darüber können. Was hat der andere? Gebrochenen Flügel. Große Verletzung. Oh. Beursacht Mobilitätsprobleme. Ja, das heißt, der muss dann auf jeden Fall getäubt werden. Das heißt, wir brauchen einen Helikopter. Der kümmert sich darum und dann muss der einmal in unsere medizinische Anlage um verheilt zu werden. Ich werde, denke ich, mal die Touren nur durch... Vielleicht schaffen wir es durch alle Gehege. Überleg es gerade. Das wäre machbar, ne? Bis jetzt noch. Wäre schon cool. Das würde halt auch für die Transportbewertung richtig gut sein und auch für die Sichtbarkeit. Ich habe halt überlegt, dass wir hier rüberfahren und hier durchgehen. Sind wir schon mal hier drin? Wir müssen gleich übrigens nochmal das Wohlbefinden der Dinosaurier kurz checken. Weil durch das Streckebauen entfernt man ja auch ein bisschen Wald und so. Und dann hier durch. Hier über die Straße. Wie überall der Wald weggeht riecht mir nervig. Oh, ich spule die ganze Zeit vor. Das ist nicht gut. Verliert die ganze Zeit Zeit. da auf einzurasten. Hallo, ich will noch nicht da raus. Dabei macht das Sinn, da hinten rauszugehen. Ne. Versuchen, vorne rauszugehen. Hier irgendwo wäre ganz gut. Ich glaube, da muss ich nochmal eben Steine entfernen. Ich glaube, Wasser entfernt sich selber tatsächlich. Nee, anscheinend nicht. Ja, nächstes Mal erst die Tour planen und dann das Gelände anpassen. Das macht halt keinen Sinn. So wie ich es jetzt hier gemacht habe. Das ist halt nicht klug. Ihr seht ja, wie ich am Struggle bin mit dieser Tour. Ich muss so viel korrigieren. Aber Leute, wir sind durch alle Gehege einmal gefahren. Also das ist doch schon mal nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall jetzt ganz gut aus. Wir müssen uns jetzt aber erstmal um die Verletzung kümmern. Ganz wichtig. Das heißt, der kommt jetzt in unsere medizinische Anlage. Die ist hier, ne? Oh, da muss ich auch wer drum kümmern. Am besten niemand mit dem Zahnrad, der gut ist. Die brauchen wir nämlich gleich. Na, guck mal. Die kann das doch alleine schon. Was geht denn jetzt hier ab, ey? Jetzt beginnt der Stress. Ich sag's euch. Okay, der kommt schon. Alles auf einmal. Aber ein bisschen Stress muss auch mal sein. So, dann haben wir das schon mal. Würde gerne einmal jetzt denen die Morphodons das erstmal recht machen, wenn ich die angeklickt kriegen würde. Die sind halt so winzig. So. Oh. Der will schon auspüxen. Der ist schon ultra unzufrieden. Weil hier alles im weißen Bereich ist. Eigentlich ist der glücklich. Das verstehe ich nicht. Machen wir uns mal noch ein bisschen grün, dass es ein bisschen wohnlicher aussieht zumindest. Ey, die werden gerade alle krank. Die geben alle was. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist richtig anstrengend. Aber wir müssen jetzt auch nochmal kurz unsere anderen Dinos checken. Geht nicht anders. Dann brauchen wir dort auch die Stromverbindung. Oh, jetzt kommt auch noch ein Sturm. Oh, Leute. Der Spaß ist echt vorbei. Oh nein. Chaos. Ich dreh durch. Ich speichere schnell. Innere Blut. Ey, was haben die denn alles? Die sind ja eine Katastrophe. Was? Was habe ich mir da gekauft? Die sind ja alle krank. Der eine kaputte Klaue, der andere einen gebrochenen Flügel, dann innere Blutung. Es wird immer schlimmer. Ich mache auf jeden Fall hier schon mal eine Palioanlage nochmal hin. Ich habe halt keinen Platz mehr auf der anderen Seite. Ich muss jetzt eh bald rüber gehen. Und wenn ich die dann hier hin mache, dann passt das, glaube ich. Weil dann kann ich die gleich auch benutzen, weil wir haben so viel zu heilen gleich. Da komme ich sonst nicht mehr hinterher. Ich kann halt auch gerade bei diesem ganzen Struggle überhaupt nicht darauf achten, ob hier die Wege gerade sind oder nicht. Ihr seht ja, was hier alles auf einmal kommt. Alles ist krank. Dann muss ich alle Dimsauber eigentlich nochmal checken in den Gehegen, ob es ihnen gut geht. Da komme ich halt auch nicht zu, weil nichts gescannt ist. Jetzt kommt ein Sturm. Oh Gott. Es ist so chaotisch. Oh nein. Ja, und das Problem ist unser Ranger-Team. Kann man nicht ein zusätzliches Ranger-Team irgendwie machen? Das wäre gerade echt praktisch. Ah, zusätzliches Fahrzeug ist erst hier. Ich hätte gerne noch mehr Ranger-Teams gehabt. Ah, das sind wir halt schon oder noch lange nicht. Dann müssen wir halt hier erforschen. Dann brauche ich lieber eine zweite Ranger-Station. Aber es wird jetzt eh alles schief gehen. Aber wir haben jetzt hier wenigstens noch einen zweiten Jeep. Warte mal, das braucht er zum Beispiel gar nicht reparieren. Das können wir einfach lassen. Das ist ja nur das Stück. Das kann er reparieren. Das, das, das. Das kannst du reparieren. Und Aufgabenplätze voll. Ihr seht ja, das ist schon krass, ne? Das Problem ist, die Aufgabenplätze hier sind halt alle voll, weil der Ranger-Pasten hat. Also der überwacht halt automatisch die Gehege. Deswegen kann ich hier auch gar nichts machen. Jetzt ist auch schon wieder kein Treibstoff. Oh Gott. Okay. Wir haben das alles unter Kontrolle. Wir dürfen uns nur nicht schlafen lassen. Es wird schon gut gehen. Wir müssen halt jetzt hier innere Blutung behandeln und zweimal innere Blutung behandeln. Das heißt, wir müssen jetzt einmal das Einfangteam losschicken, beide betäuben. dann, wenn der gleich fertig ist, bringen wir den zurück und die anderen packen wir dann in beide Anlagen, die wir haben. Jetzt kriegen wir alles hin. Alles gar nicht so stark. Es gehen wenigstens gerade keine Zäune kaputt. Also man muss es halt positiv sehen. Okay, ich glaube ansonsten haben wir das gut überstanden. Tourtrucks fahren jetzt auch. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir die Mission hier haben. Aber in der Zeit können wir halt uns um die Saurier kümmern. Das ist ganz gut. Der hier ist jetzt soweit, glaube ich, fertig, oder? Transport, ja. Guck mal, der ist jetzt behandelt. Jetzt können wir den nehmen, hier reinpacken und behandeln. Und den anderen, den packen wir jetzt in die andere Anlage. Boah, wir sind ganz gut organisiert eigentlich. War es noch gesetzt, wenn wir uns warten. Es läuft nicht schlecht. Wir haben das gut unter Kontrolle gebracht. Dafür, dass fast alle Tiere krank waren, ein Sturm da war, irgendwie alles schief ging gerade. Wir müssen halt jetzt nur noch den behandeln oder die beiden behandeln und dann einmal die Gehege checken, ob die sich noch wohlfühlen. Weil da habe ich noch ein bisschen Befürchtung, dass das halt nicht mehr so ist. Sieht auch mal so lustig aus, wie diese Arme sich so drehen und das einsprühen. Aber wir können sogar kurz warten, ist auch gleich fertig. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich, so Jonas Santos. Eine Legende des Untergrunds. Hm. Bin ich das? Wie? Wissen Sie das nicht? Natürlich weiß ich das. Und an diesem Status habe ich hart gearbeitet. Mit fragwürdigen Methoden. Ich habe sie nie in Frage gestellt. Ich tue, woran ich glaube. Ich lebe und operiere im Schatten. Grau zwischen Licht und Dunkelheit. Wenn Sie damit besser schlafen können. Was wollen Sie, Sojona? Wir können einander helfen. Und den Sauriern. Aber erst will ich wissen, ob ich Ihnen trauen kann. Wie kann ich das beweisen? Und warum sollte ich das wollen? Oh nein, nein. Nicht fragen. Machen. Gott, ey. Unsympathisch. Sagen Sie mal, ich hörte von einer ganz neuen, unbekannten Insel, Es ist so, der Untergrund hält dicht. Wenn Sie davon wissen, haben Sie wohl neue Freunde? Freunde? Nein, 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 nein. Sagen wir Geschäftsbeziehung. Ja, sagen wir das. Ah, cool. Das wäre nicht zufällig Sojona Sentos? Na, la, 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 la. Kann sie nicht hören, Kayla. Ja, okay. Ja, vielleicht. Oh, ich wusste es. Wenn sie eine Gelegenheit wittert, ist sie gleich zur Stelle. Ja, wir müssen jetzt das Vertrauen steigern. Ich denke mal, Käufe sind das Einfachste. Verkäufe sind, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Wäre gut, wenn wir dann sowas machen. Sozial und schwach sind die. Kentrosaurus. Ja, den können wir halt nirgendwo dazupacken, oder? Aber ganz echt, der Pachi hier, der würde sich doch verstehen. Diese Saurier kommen von einer Anlage, in der sie zum Kämpfen gezüchtet wurden. Sei also vorsichtig. Okay. Das nützt ja nichts, Leute. Oder könnten wir die auch einfach zum Frachtschiff liefern, ohne, dass wir die unterbringen im Park. Ach komm, rein damit. Wir testen es aus. Die werden wahrscheinlich auch wieder Struggle machen. Aber ich frage mich halt, wie es ist. Wir können ja mal so ein Angebot kaufen. Ob wir dann auch das dazu bekommen hier. Wir sollen das ja auf 40 steigern. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Angebot kaufe und an das Frachtschiff liefer, steigt das dann auch um 12? Ja, tatsächlich. Das ist ja super simpel. Cool. Dann haben wir die Mission ja jetzt easy geschafft. Auch wenn wir jetzt hier wieder kränkliche Saurier im Park haben. Was irgendwie absehbar war. Dann fahren wir mal rein. Ich glaube, hier vorne ist schon der Erste. Ja, ich wollte den Scanner haben. Welcher ist denn jetzt hier der Kranke? Der hier einmal. Die Hirnerschütterung. Ja, kein Wunder bei den Kopfstößen. Der andere, der ist da. Okay. Und wo hier müsste der denn? Da ist er. Tuberkulose. Okay. Das heißt, wir müssen einmal checken. Gehirnerschütterung. Große Verletzung. Oh, der muss dann auch einmal ins Krankenhaus quasi. Das heißt, den betäuben wir einmal mit dem Einfangteam. Und der andere, der hat schon hier was angesteckt. Perfekt. Aber dann müssen wir halt in die Forschung gehen. Wir brauchen Tuberkulose. Medizin, glaube ich, erstmal. Ja. Machen wir das mal schnell? Sollte auch, glaube ich, fix gehen. Braucht die MBU zum Beispiel gar nicht wegfahren? Und dann direkt behandeln. Die Forschung ist jetzt abgeschlossen. Nummer eins haben wir. Das ist der zweite. Da vorne, oder? Ich glaube, das war der hier. Ah, der hat noch einen angesteckt. Nee. Mensch. Wie fetzt das denn? A step to the sun. Perfekt. Dann haben wir die Krankheit auch geschafft. Und jetzt muss nochmal eben das Ding hier rein. Machen wir das auch schnell fertig. Und da kommt unser Parry geflogen. Schön behandelt von seiner Gehirnerschütterung. Und jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen die Insel hier erstmal verlassen. Und beim nächsten Mal geht es dann zur San Egidius. Da freue ich mich besonders drauf, weil das ist ja wirklich dann eine richtige Insel. Das hier ist ja also eine Halbinsel, glaube ich, offiziell. Also es ist ja schon noch Festland. Obwohl die auch ziemlich cool ist, die Karte, muss ich sagen. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann rüber, nämlich zu der Insel hier. Kann man da rüber scrollen? Und ja. Da geht es hin, nach Griechenland. San Egidius. 12.000 Geld haben wir. Äh, 12.000, 12 Millionen Geld haben wir. Bin sehr gespannt. Also ich freue mich da drauf. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet für diese Folge. Und bei der nächsten auch wieder einschaltet. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Ja, dann die.